Die Krönungsglocken waren noch nicht verklungen, und Mackie Messer saß bei den Huren in Turnbridge. Da ist nun einer schon, der Satan selber, der Metzger, ihr und alle anderen Kälber, der frechste Hund, der schlimmste Hurentreiber, wer kocht ihn ab, der alle abkocht, Weiber. Das fragt nicht, ob er will, er ist bereut, das ist diese zu einer Hürmigkeit. Er glaubt nicht an die Bibel, nicht ans BGB, er meint, er ist der größte Egoist, weiß, dass wer Weibsied schon verschoben ist und lässt kein Weib in seinen Nähe. Er soll den Tag nicht vor dem Abend lüben, denn vor dessen Nacht wird, liegt er wieder drüben. So manchen Mann, so manchen Mann verrecken, ein großer Geist blieb in der Hure stecken, und dies wird uns an, was sie sich auch schwuren. Als sie verreckten, wer begrubt sie Huren. Das fragt nicht, ob sie wollen, sie sind bereut, das ist die sexuelle Hürigkeit. Der hält sich an die Bibel, der an's BGB, ein Mann, ein Christ, ein Jud, ein Anarchist. Am Mittag zwingt man sich, dass man nicht Selleri frisst. Nachmittags weint man sich noch ne Idee. Am Abend sagt man, mit mir geht's nach oben, und vor dess Nacht wird, liegt man wieder drüben. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020